Hallo? Oh, hey, Quagmeyer, was ist? Hey, Peter, ich brauche Hilfe mit meinem Computer. Ich finde meine Fotos nicht. Hast du in Fotos gesucht? Was ist das? Ein Ordner, der Fotos heißt. Den habe ich nicht. Ich habe nur 40 Ordner, die alle neue Ordner heißen. Hör zu, klick auf deine Festplatte. Okay, der kleine Pfeil auf dem Bildschirm, bin ich das? Ja, das bist du. Also pass auf, du... Warte mal, was? Das Ding hat einen Taschenrechner? Sag mir einfach, was du tun möchtest. Ich will nur Fotos von meiner Katze auf den Internetcomputer von allen laden. Da sind gerade Geschäftsbedingungen eingeblendet worden. Ich lese die mal durch. Klick einfach annehmen. Das wäre doch ein bisschen leichtsinnig, findest du nicht, Peter? Müssen wir das jetzt machen? Ich gucke gerade fern. Ich weiß, ich habe nur Angst, dass jemand anders vor mir Fotos von seiner Katze ins Internet stellt. Und da bin ich immer nur der zweite Typ, der Fotos von seiner Katze ins Internet gestellt hat. Quagmeyer, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber es gibt schon Katzen im Internet. Warte da, da dreht sich so ein buntes Rädchen. Er ist eingefroren. Oh mein Gott, oh mein Gott, er ist abgestürzt. Die Kiste ist abgestürzt. Gott, Quagmeyer, beruhige dich. Wir kriegen das hin. Nein, Peter, das Ding ist im Arsch. Ich kann nicht mal... Oh, verdammt, was soll der Scheiß? Sie haben auf Annehmen geklickt.